Musik Drehschluss, Leute! Moin! Ich befinde mich hier nicht auf einer Autobahn oder an einem Tatort, sondern im Studio Haren, inmitten der Filmlocation Emsland. Hier werden Filme gedreht. Du findest hier alles von Stunts über die passenden Location, die Effekte, Service und, und, und. Neugierig? Weitere Informationen findest du hier. Also, einfach mal melden und dein Projekt kann hier starten. Bis dann! Wo sind denn die Mettbrötchen?